Vor kurzem habe ich mich noch darüber aufgeregt, wie Marvel momentan nur Scheiße baut, dass MCU immer mehr kaputt geht bzw. langweiliger wird und dass Marvel definitiv was machen muss, um das Ganze besser zu machen. Das habe ich alles aber gesagt, bevor ich Spider-Man Across the Spider-Verse gesehen habe. Denn dieser Film wird oder könnte alles verändern, was wir über Marvel, das MCU oder das MCM oder wie es auch immer jetzt heißen wird, es könnte alles verändern. Darum geht es aber dann in einem speziellen Video. In diesem Video geht es heute darum, meine Review zu diesem Film, meine Meinung zu dem Film, was ich gut fand, was ich schlecht fand und ja, einfach alles drumherum, einfach meine Review, meine Kritik zu Spider-Man Across the Spider-Verse. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Der erste Teil Spider-Man Into the Spider-Verse war schon genial und hat schon sehr viele neue Fans an Land gezogen und vor allem auch sehr viele Spidey-Fans, glaube ich, irgendwo sehr viel glücklich gestimmt. Unter anderem, weil dieser Art-Style unfassbar geil ist, unter anderem, weil die Story interessant ist, weil die Charaktere lustig sind und vor allem, weil es ein bisschen die Ernsthaftigkeit und den Druck des MCUs, MCMs, rausnimmt einfach. Aber wie gesagt, heute geht es nicht um den ersten, heute geht es um den zweiten, der aber auch ein perfekter Zusammenhang ist. Dieser Film hat bis jetzt eine bessere Triologie erzählt als fast alle anderen Spider-Man-Filme. Fangen wir aber erstmal beim Optischen an und zwar der Art-Style, beziehungsweise wie dieser Film überhaupt filmerisch gemacht ist. Also wie gesagt, der Art-Style, unfassbar krass. Und was heißt der Art-Style? Man muss sagen, die Art-Styles. Es treffen da so viele Art-Styles aufeinander. Die Animationen sind crispy clean. Es sieht unfassbar schön aus. Dieser Film ist hammer. Farbenprächtig, krass animiert, wie gesagt. Wie gesagt, so viele verschiedene, allein jede Spider-Man-Variante hat irgendwo ihren eigenen Art-Style. Die Art-Styles von einem Charakter ändern sich auch sekündlich. Und wie gesagt, auch einfach filmisch super Hammer. Krass gemacht, dieser Film. Einfach ein Augenschmaus für jeden Spidey-Fan, aber auch allgemein jeden Film-Fan. Weil das ist nicht so dieses Animations-Kindische, sondern einfach ein schöner, ja, ein schöner Film. Einfach ein schöner Film. Gehen wir mal auf den ersten Spidey ein, der uns wirklich in die Fresse geschleudert wird. Und das ist Spider-Man 2099. Holy Shit, als das Theme gedroppt ist und sein erster Auftritt war. Ich habe Gänsehaut des Todes gehabt. Allgemein, den ganzen Film hatte ich Gänsehaut. Komm ich öfter noch drauf, wie oft ich Gänsehaut hatte. Ich habe natürlich, bevor ich den Film gesehen habe, sehr viele TikToks gesehen, die diesen Sound, diesen 2099 Spider-Man-Theme-Sound benutzen. Und der ist einfach genial. Der Prowler-Soundtrack damals war schon unfassbar genial. The Spot, der Hauptschurke in diesem Film, hat auch einen interessanten, geilen Soundtrack. Allgemein muss man sagen, die Soundtracks sind Hammer. Die Themes, die Musik überhaupt. Die Musik in diesen Filmen, im ersten sowie jetzt im zweiten, super gut. Super qualitativ, hochqualitativ und einfach sehr, sehr passend einfach, um die Stimmung übel gut einzubringen. Props an der Stelle so absolut raus. Aber wie gesagt, 2099 Spider-Man. Gänsehaut, wirklich der erste Auftritt. Gänsehaut pur. Kommen wir zu einem Punkt, den ich so ein bisschen langweilig fand. Beziehungsweise, ich konnte damit nicht wirklich was anfangen. Und das war überhaupt das ganze Miles Morales Familiendrama. Der Dad, der in einer Art Krise steckt, weil er nicht weiß, was mit seinem Sohn ist. Die Mutter, die merkt, dass sie von ihrem Sohn angelogen wird. Überhaupt das Ganze. Er kommt zu spät. Hin und her. Dieses ganze Familiendrama, was wir da sehen. Irgendwie, ja, ein gutes Side-Story halt. Und ist wahrscheinlich auch sehr wichtig für den weiteren Verlauf der Filme. Aber ich fand diese ganzen Szenen immer dann so ein bisschen, boah, sehr, sehr zäh gewesen, finde ich. Muss ich sagen. Hat mir nicht so gut gefallen. Hätte ich nicht gebraucht. Natürlich braucht man auch irgendwo ein bisschen, sei es Spider-Man, Spider-Man-Story. Also eine Miles Morales-Story hat Peter Parker ja auch immer. Aber hier wirkt so ein bisschen gezwungen, war im ersten Teil wesentlich angenehmer gemacht. Hier ist es so, boom, die Action. Und hier unten ist übrigens noch so die Familiendrama-Story. Da war nicht so wichtig, finde ich persönlich. Natürlich, deine Daseinsberechtigung ist da. Klar, gar keine Frage. Dann kommen wir zu einem Punkt, der mir aufgefallen ist. Was hat Marvel mit ihren Löchern? Zuerst dieser komische Schleim-Dude bei Ant-Man, Quantumania, der Löcher haben will, dann Löcher hat und fragt, wer hat wie viele Löcher. Jetzt haben wir fucking The Spot, der aus Löchern besteht und der auch ganz viel mit seinen Löchern macht und redet über seine Löcher. Marvel, vielleicht auch Kevin Feige, aber eher Marvel allgemein. Was habt ihr mit euren Löchern? Was ist da los? Also das wird jetzt in den letzten Filmen sehr, sehr viel gewesen. Ich habe Guardians noch nicht geguckt. Ich schwöre es, wenn da Löcher drin vorkommen, dann mache ich ein extra Video zu Marvel und seinen Löchern. Weil das ist mir aufgefallen, was es momentan sehr viele Löcher im MCU oder im Marvel allgemein finden. Sehr viele Löcher. So, und wir unterbrechen diese Sendung kurz mal, um eine Aufforderung oder eine Bitte an euch zu stellen. Ich habe es schon im Video gesagt, was heute morgens, mittags, vormittags kam. Aber ich erwähne sie auch nochmal, um die Leute vielleicht doppelt abzuholen. Und zwar, ich plane wieder ein Couch-Comments. Ein Format, was ich eingeführt habe, um einfach Fragen zu beantworten, also die euch auf dem Herzen liegen. Deswegen ist das jetzt die Zeit und das ist die Möglichkeit. Schreibt jetzt gerne einen Kommentar mit einer Frage, egal über was. Egal über Thema Filme, Serien, Spiele, mein Privatleben. Alles, jede Frage, die ihr euch im Kopf vorstellt. Und wenn es auch nur ist, was ist deine Lieblingsfarbe? Wenn euch die Fragen im Kopf schwirbt, schreibt sie in die Kommentare mit dem Hashtag Couch-Comments. Und dann wird das gesammelt und in einem extra Video hochgeladen. Da kam dann wahrscheinlich auch euer Kommentar drin vor. Ich werde da noch einen Community-Beitrag zu posten. Da könnt ihr dann auch gerne Fragen reinschreiben. Aber hier schon mal an der Stelle erwähnt, macht es gerne. Ne, danke im Voraus schon mal. Wenn ihr da unten seid, könnt ihr auch gerade einfach den Like-Button drücken, wenn es euch bis jetzt gefallen hat. Oder allgemein euch der Kanal gefällt. Nur wenn ihr schon nach unten seid. Alles gut. Danke, weiter geht's. Ich habe ja gerade eben schon die Animationen angesprochen. Und jetzt gehen wir mal auf die Kämpfe ein. Denn die Kämpfe sind, ich habe es mir hier in meinem Skript hingeschrieben, 11 von 10. Ich würde es wahrscheinlich noch höher ranken, weil man muss sagen, die Kämpfe sind faszinierend. Ich habe es schon mal in einem anderen Video, ich glaube, das war mein Video über meine Lieblings-Anime-Serien. Da habe ich schon mal gesagt, das Gute an Animationsfilmen, Serien ist einfach, dass Sachen, die mit echtem oder mit CGI nicht vernünftig dargestellt werden können, super gut dargestellt werden. Die Kampf-Szenen zum Beispiel. Die Kampf-Szenen in diesem Film, ob es Miles erster Kampf gegen den Spot ist, ob es überhaupt der Spider-Man 2099 Kämpfe sind, alle. Egal welcher Kampf. Egal welcher Kampf. Es fühlt sich so krass an. Es ist einfach, es ist unfassbar genial animiert. Es sieht super, es kommt Brutalität rüber, obwohl es ja auch eher schon ein bisschen kinderfreundlich gemacht ist. So ein Ticken. Aber es kommt eine Aggressivität und Brutalität in den Kämpfen rüber, die man mit echtem Menschen niemals erreichen kann. Allein nur die Verfolgungsjagd zwischen Miguel, also Spider-Man 2099, wie die sich wissen, Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Die Verfolgungsjagd, allein wie er mit seinen Krallen da diesen Zug oder diese Rakete oder was es ist, hochklettert. So roh, so brutal, so geil. 11 von 10, vielleicht auch 11.000 von 10, super geil gemacht. Kommen wir zu einem dickeren Thema, ein dickerer Fisch. Und ich werde da definitiv mehrere einzelne Videos zu machen. Da habe ich schon was geplant. Und zwar geht es mal um das Spider-Verse. Beziehungsweise wahrscheinlich um überhaupt das Multiversum, was ähnlich ist wie das Spider-Verse. Denn wir haben dicke Fische bekommen. Und zwar gibt es die neuen Canon-Events. Also die Events, die in einem Leben eines Spider-Mans, einer Spider-Woman, wem auch immer, oder einem Spider-Schwein passieren müssen. Wenn die nicht passieren, ist scheiße. Haben wir schon mal. Und zwar ist das das Nexus-Event gewesen, was wir aus What-If-Kennen gelernt haben. Ein Event, was passieren muss. Zum Beispiel Dr. Strange muss seinen Unfall haben, muss seine Frau in diesem Fall verlieren. Wenn das nicht funktioniert, ist scheiße. Ob da jetzt ein Unterschied zwischen Canon und Nexus-Event ist, darauf gehe ich in einem anderen Video ein. Das werde ich in einem anderen Video ausdiskutieren. Allgemein dieses ganze Thema. Aber grob erklärt ist zum Beispiel jeder Onkel Ben, der gestorben ist. Oder ein Freund von Spider-Man oder irgendein Familienmitglied. Irgendwer, dem Spider-Man wichtig ist, stirbt, ist in den meisten Fällen ein Canon-Event. Das muss passieren. Wenn man das vermeidet, geht wahrscheinlich dieses Universum, in dem das nicht passiert ist, unter. Das ist quasi der Fixpunkt eines jeden Spider-Mans. Die Frage ist nur, momentan, hat das Multiversum und diese Events, hängen die mit dem Spider-Verse zusammen? Oder ist es vielleicht sogar das Gleiche? Oder sind die Canon-Events wirklich nur auf Spider-Man begrenzt? Weil am Ende des Tages ist es ja dasselbe. Etwas passiert nicht, was hätte passieren müssen und das Universum zerbricht. Das ist ein sehr, sehr interessantes und schwieriges Thema. Wie gesagt, da werde ich zwei, drei extra Videos zu machen. Wie gesagt, nur grob zusammengefasst, es ist ein Event, was passieren muss und das ist jedem Spider-Man passiert. Und das war mit einer der epischsten Szenen, wo das erklärt wurde, weil wir Andrew Garfield Spider-Man gesehen haben. Wir haben auch Tobey Maguire Spider-Man gesehen. Wir haben alle Spider-Man gesehen, die ihre Events hatten. Und dann wurde uns erklärt, Miles' Event kommt noch. Plus der Aspekt, dass unser Miles Morales, wie wir ihn jetzt hier in diesem Film kennen, niemals hätte Spider-Man werden sollen. Denn die Spinne, die ihn gebissen hat, kam von Erde 42 und hätte zu einem anderen Miles Morales gehen sollen. In diesem Universum ist auch nur der Peter Parker, der Spider-Man, gestorben im ersten Teil, weil Miles von der Spinne gebissen wurde. Dadurch ist quasi so viel im Spider-Verse, Multiverse kaputt gegangen, dass Miles quasi auch der einzige Spider-Man ist, der auch nicht in dieser Spider-Agency, sage ich mal, ich weiß nicht, wie es hieß, Justice League of Spider-Man dabei ist. Weil er ein Problem darstellt, weil dieses Canon-Event, was bei ihm passieren wird, wahrscheinlich im nächsten Teil, wird er verhindern wollen, weil, komme ich gleich noch zu, zu dem Cliffhanger in dem ganzen Fall. Kommen wir aber jetzt mal kurz auf die ganzen, überhaupt die ganzen Spider-Man-Varianten. Wir haben ja alle gesehen, einen T-Rex-Spider-Man, wir haben diesen kleinen Chibi-Spider-Man, also diesen ganz kleinen aus irgendeinem Trailer, war das mal von Amazing Spider-Man, glaube ich. Den haben wir gesehen, wir haben den Tom Holland-Spider-Man, glaube ich, gesehen. Alle, wir haben alle, wir haben jeden Spider-Man, den es gibt, glaube ich, gesehen, so ein Pi mal Daumen, so ganz grob. Den PlayStation 4 Spider-Man, ne, Sony Game Build hier, ne, Controller-Spider-Man, haben wir auch gesehen. Super geil, wenn wir, wie gesagt, bei den Varianten sind, müssen wir natürlich auch über die Varianten-Verfolgungsjagd sprechen. Und die war auch krass, Gänsehaut, ja, überhaupt, ich fand diese eine Szene so geil, wo da dieser typische Spider-Man hier mit den Netzen auseinanderziehen und festhalten, ne, das wurde einfach trainiert da. Es hat ein Spider-Man das trainiert, super lustig. Und allgemein die Verfolgungsjagd, wie gesagt, wir sehen unterschiedliche Spider-Man, alles, das war, und die Animation dabei war auch so herrlich, mit der Musik untermalt und es war einfach fucking krass genial. Für mich als Spider-Man-Fan, für alle als Spider-Man-Fan sowieso, ich habe ja schon gesagt, dass No Way Home einer der krassesten Filme für jeden Spider-Man-Liebhaber war. Jeder Film hat es nochmal getoppt, weil es so viele Fun-Facts einfach, oder was heißt Fun-Facts, Easter Eggs quasi gab, weil halt so viele Varianten da rumgelaufen sind. Und man hat immer gesagt, oh, guck mal, den kennt man und den kennt man und den kennt man auch. Es war unfassbar geil und die Verfolgungsjagd, wie gesagt, war einfach nur krass, übelst krass. Ja, und hätte ich ihn nicht eben schon mal angesprochen, komme ich aber nochmal aufs Thema und zwar Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Ist ein krasser Spidey. Sein Anzug ist heftig, seine Krallen, es ist ja so, als könnte er quasi gar nicht wirklich klettern, sondern muss ja diese Krallen benutzen. Es ist ja sogar irgendwas mit einem Vampir, hat das ja auch mit zu tun. Da bin ich tatsächlich nicht so hundertprozentig in der Materie drin. Werde ich aber auch noch darauf eingehen, wenn ich ein extra Video mal dazu mache. Weil der ist ein sehr bespannterer Spider-Man, weil es halt kein richtiger oder ein anderer Spider-Man einfach ist, muss man sagen. Es ist einfach was anderes. Auch seine Spinnenweben sind so rot leuchtend. Übel krass. Das muss ich einfach nochmal hier erwähnt haben. Das ist einer der krassesten Spider-Man. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir ihn in Live-Action bekommen, weil das viel kaputt machen würde. Man muss zwar natürlich sagen, Oscar Isaac, eine krasse Rolle wieder gespielt. Also er hat ja die Stimme, glaube ich, gegeben. Unfassbar krass. Aber Oscar Isaac jetzt in einer Real-Life-Verfilmung als Miguel O'Hara würde ich nicht so fühlen. Zum einen ist Moon Knight und zum anderen, das soll bitte nicht real verfilmt werden. Miles Morales in echt, ja, super geil, aber nicht unbedingt Miguel O'Hara. Fände ich ein bisschen, würde das rausnehmen. Apropos Miles Morales in Real-Life. Wir haben ja, wie gesagt, Andrew Garfields echtes, also menschliches Gesicht gesehen, Tobi McWire. Und es war der Prowler aus Far From Home. War es Far From Home? Ja, ich meine ja. Nee, es war No Way Home. Nee. Dem ersten Homecoming, der Prowler, wo unser Spidey dahin und dem an der Motorhaube und der Typ mit dem Handschuh und sagt, hier, ich habe einen Typ, einen Cousin oder einen Neffen in der Nachbarschaft. Das ist der Prowler, das ist der Neffe, um den es geht, ist Miles Morales. Das bedeutet, wir können einen Miles Morales in Real-Life bekommen. Aber da wird es ja wieder das Problem, es ist nicht der, also in diesem Universum, wo hier Tom Holland Spider-Man ist, wird Miles Morales kein Spider-Man, weil das nicht vorgesehen ist, weil hier Tom Holland Spider-Man ist. Ist ein wichtiger Punkt. Kommen wir nun zum Cliffhanger am Ende des Films und danach noch ein kleines Thema, was ziemlich groß ist und weswegen ich auch definitiv ein extra Video machen werde. Und zwar der Cliffhanger am Ende. Wir sehen, Miles geht ja in die Maschine rein, wird zurückgeschickt, kommt aber raus, dass er in einem falschen Universum ist, nämlich in dem Universum oder auf der Erde 42, da wo die Spinne herkam, die nicht ihn hätte beißen sollen. Und wir sehen, sein Onkel lebt noch, also der Prowler, zumindest im anderen Universum, er wird gekidnappt und dann sehen wir, der richtige Prowler kommt und es ist Miles Morales. Und in diesem Moment war so vielen Fans klar, oh mein Gott, im ersten Teil, man weiß noch genau, der Spinnensinn von unserem Peter Parker aktiviert sich in Rot und Blau. Er sieht Miles Sinnesaura, nenne ich es mal, die erst grün und lila ist, sich dann aber rot und blau verfärbt. Und genau, man muss es sagen, dieser Miles Morales, unser Miles Morales, Spider-Man, hätte vorgesehenerweise Prowler werden sollen. Und der, der jetzt Prowler ist, hätte Spider-Man werden sollen. Und das wird ein interessantes Thema für den nächsten Film, weil da jetzt so ein krasser Cliffhanger mit veranstaltet wurde, weil es ist Hammer, was das, das war halt dieser Butterfly-Effekt mäßig. Falsches Universum, zack, zack, bumm. Und man muss jetzt so sagen, im Prinzip fehlt ja jetzt in beiden Universum irgendwo das Canon-Event. Und wenn wir schon bei Erden und Universen sind, kommen wir zu einem großen Punkt. Denn der gute Miguel O'Hara sagt in einer Szene, und die Szene wird jeder wahrscheinlich auf TikTok gesehen haben, der sich damit auseinandersetzt. Wen kennen wir? Dr. Strange und ein kleiner Nerd, die fast das Universum kaputt gemacht haben? Hm, Spider-Man No Way Home. Und hier kommt es nämlich an den Punkt, wo ich definitiv ein extra Video zu machen werden muss, aber ich kratze es hier schon mal an. Unsere Erde, die MCU-Erde, die wir in den Filmen sehen, ist eigentlich, laut Kevin Feige, Erde 616. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede, aber durch diesen Film wurde uns jetzt vermittelt, es könnte aber auch Erde 1999, 1999 sein. Und das würde sehr viel ändern, wenn es so der Fall wäre. Wie gesagt, ich habe da meine eigene Theorie, kommt dann in ein extra Video, aber das ist auf jeden Fall ein riesiger Punkt, der hier angesprochen wurde. Der ist einfach heftig, das ist super interessant, das ermöglicht so viel für die nächsten Marvel-Filme. Überhaupt, das ändert das komplette Multiversum, das komplette Marvel-Universum. Das ist super krass, wird das noch. Und zu guter Letzt möchte ich jetzt eine Sache sagen, um das Ganze hier abzurunden, der Film hat mir einfach durchgehend Gänsehaut verursacht. Die Musik hat mir Gänsehaut gebracht, die Szenen, die Erklärungen von diesen Canon-Events, die Erklärung von, wie gesagt hier, Erde 616, beziehungsweise 1999, alles das. Dieser ganze Film, ich hatte lange keinen Film mehr, so krass und so viel Gänsehaut wie in diesem Film. Und ich gebe hier meine hundertprozentige Film-Empfehlung raus. Jeder Mensch, der Spider-Man liebt, jeder Mensch, der Marvel liebt, jeder Mensch, der vielleicht nicht mal diese Filme mag, sondern einfach nur gut animierte Filme, guckt euch den Film an, er ist Hammer. Vor allem, wie gesagt, für Marvel- und Spider-Man-Fans. Und ich werde jetzt hiermit offiziell meine Meinung ändern. Ich habe ja immer gesagt, No Way Home war mit einer meiner Lieblings- oder mit einer der besten MCU- beziehungsweise Marvel-Filme. Diese Meinung werde ich revidieren, denn definitiv ist das hier einer der besten, wenn nicht sogar der beste, Spider-Man-Film beziehungsweise Marvel-Film. Die Diskussionen in den Kommentaren sind jetzt hiermit freigegeben. Das ist meine Meinung. Also Spider-Man Across the Spider-World steht für mich ganz oben. Danach kommt No Way Home und danach kommen die ganzen anderen Filme, die ich irgendwann vielleicht nochmal ranken werde. By the way, kann man ja einfach mal machen. Aber dieser Film war super krass. So, jetzt habe ich aber genug rumgelabert. Das war meine Review. Meine Meinung, der Film ist eine glatte 10 von 10. Schaut ihn euch an. Fakt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, macht es erst. Super geil. Meine Bitte an euch wäre jetzt, schreibt mir definitiv gerne mal, abgesehen von den Couch-Comments, Fragen in die Kommentare. Habt ihr den Film gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Wie würdet ihr ihn einranken? Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Wollt ihr ihn sehen? Und wie gesagt, wenn ihr ihn gesehen habt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. So, und jetzt würde ich auch noch sagen, falls euch solche Videos interessieren, Reviews zu Filmen oder Serien, überhaupt Filme, Serien, alle möglichen Themen in diesem Bereich, dann checkt doch gerne mal den Kanal aus. Momentan sehr viel The Walking Dead, aber wie gesagt, es kommt jetzt auch demnächst ein bisschen mehr Marvel wieder. Ja, gerne mal den Kanal auschecken. Vielleicht ist er was für euch und wenn, ja, dann lasst ihr auch gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen, ne? Dann können wir den Kanal ein bisschen wachsen lassen, die Community wird größer und sind wir mal ehrlich, Filme und Serien, die Communities sind doch sowieso immer, ne? Wir halten alle fest zusammen, ne? Es gibt, ne, gute Serien, gute Filme, aber jeder hat seine Lieblingsserie und deswegen sind wir alle so nerdy, wie wir sind. So, und genug rumgeschwafelt. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Morgen kommt das, by the way. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.